Nur für den Fall ließen Sie mich wenigstens ausnahmsweise per Smartphone teilnehmen. Ah, endlich mein Testergebnis ist da. Ich sehe Sie da gleich. Die Grundfarben Rot, Gelb und Blau und die Formen Quadrat, Dreieck und Kreis, die noch heute wie ein Artikon des Bauhauses erscheinen. Auch jünger Ideologiskünstler, die eine Welt voller Farben erfolgen. Ich habe ein Produkt und ein Böderdesign studiert, also ein Dramatis als Böderdesigner. Ich habe mir selbst verantwortet. Das Studium bei RTM, eine Menge von der Geschichte. Wir haben uns das Bauhaus angeschaut, die Geschichte des Bonzes und des Seins. Die ist ja auch viel. Und nicht, wie wir selbst gemacht haben, haben wir nicht. Was schade ist, ist da nur noch Weltkrieg. Am Bauhaus war eine praktische Arbeit in den Rollensbühlen und Keramikwerkstätten, Kernstift der Ausbildung. Das hätte Jinka gefallen. Mit den Stühlen erzählt er seine Geschichte. Hey, na, na. Hans? Hans? Ja, was? Hast du meine Karte gesehen? Mein Vater hat angerufen. Ich muss zur Agentur. Es wird nur was Längeres werden. Ich habe mir schon ein Taxi gerufen. Ah. Aber heute Abend sehen wir uns. Ich habe allen freigegeben, damit mich heute keiner sabotiert. Und du versetzt mich jetzt. Komm, ich besorge uns extra noch was Feines. Ja, aber nur, wenn das auch klappt. Ach. Die Leute sterben heutzutage einfach nicht mehr. Das Ding ist ein Selbstläufer. Also wenn du dich nicht genauso verwöhnen würdest wie die Opis, dann wäre ich ein glücklicher Mann. Alles klar. Dann bis heute Abend. Ich freue mich. Schon besonders. Tschüss. drunk. als da kam Pass doch auf, Idiot! Spannende Musik Idiot! Wer besorgt dir halt einen neuen? Mann! Ist doch nicht zu fassen! Fertig! Puck, schnell da ist! Meinen Sie es, ich habe heute noch einiges vor. Ah, geht doch, ja. Vorsichtig. Guten Tag, Hans Hollein hier. Könnten Sie den Beginn der Option kurzfristig anpassen, falls ich es nicht rechtzeitig schaffen sollte? Nur für den Fall ließen Sie mich wenigstens ausnahmsweise per Smartphone teilnehmen. Ja, Hollein. Ah, endlich mein Testergebnis ist da. Ich sehe Sie dann gleich. So, bitte Ihr Testergebnis. Bitte begeben Sie sich umgehend in Quarantäne. Sie sind positiv auf das Virus getestet. Was? Und bitte ziehen Sie sich eine Maske aus. Was? Was? Das kann nicht sein! Ich mach noch eins! Ich mach noch eins! Ich mach noch eins! Ich vernehme mein Unternehmen! Ich vernehme meinen Scham! Dann besorgt ihr halt einen neuen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020